Aktuelle Stunde. Die Fraktion der AfD hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Meinungsfreiheit an Schulen schützen, Schule als ideologiefreien Raum sicherstellen. Ich bitte, zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Leif-Erik Holm. Für die AfD-Fraktion. Hat es jemand eilig? Liebe Bürger, Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die AfD hat diese Aktuelle Stunde anberaumt, weil unsere Meinungsfreiheit in immer größerer Gefahr ist. Und das mittlerweile auch durch regierende Politiker, die sich selbst das Etikett Demokrat anheften und in Wirklichkeit dafür sorgen, dass Andersdenkende diffamiert und schikaniert werden. Jetzt trifft es sogar unsere Jüngsten, unsere Kinder, die eingeschüchtert werden durch einen übergriffigen Staat. Neu ist der Fall die 16-jährige Schülerin an einem Gymnasium in Rippnitz-Dammgarten in meinem Wahlkreis, die es gewagt hatte, ihre Meinung bei TikTok kundzutun. Daran war nichts strafrechtlich Relevantes, wie die Polizei zugab. Dennoch wurde sie aus der Klasse geholt und von drei Polizisten in Empfang genommen für eine Gefährderansprache. Der SPD-Innenminister in Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel, findet das alles okay. Die Polizei habe das Mädchen ja nicht in Handschellen abgeführt. Wie unempathisch kann man eigentlich gegenüber einer Heranwachsenden sein, die sich plötzlich wie eine Verbrecherin fühlen musste? Und das macht viele Menschen zu Recht wütend. Wie kann so etwas möglich sein in unserem Land? Als Begründung für das Vorgehen wird im Grunde ja auch nur noch die falsche Gesinnung herangezogen. Als Beweis diente zuletzt den Medien eine Jacke der Marke Halli Hansen. Die FAZ raunte, das Logo in Form eines doppelten Haar könne für den Hitlergruß stehen. Man kann sich wirklich nur noch an den Kopf fassen. Wenn das wirklich so ist, dann fordere ich hier den Rücktritt von Ministerpräsidentin Schwesig und dem Bundeskanzler Scholz. Denn die beiden trugen bei einem Termin in Lubmin Helli Hansenjacken. Merken Sie nicht selber, was das für ein Quatsch ist? Die Leute draußen sind Ihre ewige Nazikeuleleid. Ich habe gestern mit der Mutter der Schülerin telefoniert. Und sie versteht die Welt nicht mehr. Ihr Glaube an den Staat und seine Behörden ist zutiefst erschüttert. Sie sagt ja selbst, wenn der Schulleiter Redebedarf sieht, okay, warum kommt er dann nicht nach Schulschluss auf die Eltern zu? Man kann ja über alles reden. Aber wozu bitte schön die Polizei? Es ist doch völlig klar. Hier wurde deutlich eine rote Linie überschritten. Hier wurde ein junges Mädchen mit der ganzen Macht des Staates drangsaliert. Und das ist einer Demokratie absolut unwürdig. Nur etwas darf es nicht geben. Wir möchten, dass unsere Kinder ihre Gedanken ohne Angst frei entwickeln können. Und was an der Schule in Rittnes-Dammgarten passiert ist, ist auch das Ergebnis der von Nancy Faeser und Lisa Paus veranstaltenden Hexenjagd. Frau Faeser droht denen, die den Staat verhöhnen mit dem starken Staat. Lisa Paus will gegen Meinungsäußerungen vorgehen, die unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen. Und das alles natürlich im Namen von Demokratie und Toleranz. Und diese Art macht überall Schule. In Bayern bekommt ein Unternehmer Besuch von der Polizei und soll 6.000 Euro Strafe zahlen, weil er es gewagt hat, sich über grüne Spitzenpolitiker lustig zu machen. In Baden-Württemberg wirft ein Hausarzt seinen langjährigen Patienten aus der Praxis und verweigert dem Rollstuhlfahrer die Behandlung. Sein Verbrechen das falsche Parteibuch. Oder wer öffentlich sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, wird mit Geldbußen belegt und der Hetze beschuldigt. Anderen wird das Konto gekündigt. Sie fliegen aus Sportvereinen oder verlieren ihren Jagdschein, weil sie die falsche Meinung vertreten. Ist das das freieste Land, was wir je hatten? Ich glaube nicht. Und leider wird diese Schraube immer enger gedreht. Und das müssen wir uns doch hier auch mal genau in diesem Hohen Hause anschauen. Verfassungsschutzchef Haldenwang will jetzt auch gegen unliebsame Gedanken vorgehen, gegen wörtlich verbale und mentale Grenzverschiebungen. Sprich, er will den Menschen in die Köpfe schauen. Dafür muss er natürlich horchen, was sie sagen und gucken, was sie schreiben. Wir nannten das in der DDR horch und guck. Kommt jetzt bald wieder die Stasi? Und falls jetzt jemand denkt, die AfD übertreibt den Maßluss, die Warnungen kommen ja auch von anderer Seite. Zum Beispiel von Matthias Brotkopp, von der SPD, Ex-Minister in Mecklenburg-Vorpommern. Er warnt, die Regierung lege mit ihren geplanten Programmen die Axt an die Fundamente unserer Demokratie. Faeser, Paus und Co. befänden sich auf Kriegsfuß mit der Rechtsordnung. Oder Rupert Scholz, Verfassungsexperte mit CDU-Parteibuch. Was Frau Faeser verfolgt, ist pure Ideologie und verfassungswidrig. Sie delegitimiert die Meinungsfreiheit, das Kernrecht unseres demokratischen Rechtsstaates. Richtig. Oder Wolfgang Kubicki. Ich freue mich, dass Sie auch noch gleich das Wort ergreifen. Hier Vizepräsident im Hohen Haus. Wörtlich. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine sozialdemokratische Innenministerin selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Ich freue mich auf weitere Ausführungen dazu. Liebe Bürger, wir müssen jetzt wirklich wachsam sein. Die Demokratie geht nicht mit einem lauten Knall, sondern auf leisen Sohlen, Stück für Stück. Wenn Faeser, Paus und Haldenwang so weitermachen, dann wachen wir womöglich im Überwachungsstaat auf. Das müssen wir unbedingt verhindern. Zum Glück kennen wir uns das alles und werden das auch niemals zulassen. Denn wir haben gelernt, wie wichtig die Freiheit ist. In Rittnitz-Dammgarten hat eine mutige Mutter das skandalöse Vorgehen des Staates öffentlich gemacht. Das war ein wichtiges Zeichen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir schließen uns dem an. Denn wir wollen, dass unsere Kinder und Heranwachsenden frei aufwachsen können. Ich möchte den jungen Leuten zurufen, seid mutig, behaltet euren eigenen Kopf. Wir brauchen keine Duckmäuser in diesem Land, sondern freie, selbstdeckende Menschen. Dankeschön. Es bleibt dabei, die Ankündigung des Endes der Rede ersetzt nicht den Schlusspunkt. Ich bitte daran zu denken, dass wir im Format Aktuelle Stunde sind. Und damit gibt es fünf Minuten Redezeit. Das Wort hat die Kollegin Anna Kasowski für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, sehr geehrte Damen und Herren! Ich finde es so schon schwer zu ertragen, wenn Sie hier vorne in diesem Hohen Hause dieses Pult benutzen, um Lügen und Hass zu verbreiten, um Unfrieden zu sehen. Aber heute hat es für mich noch mal neuen Charakter. Sie benutzen ein 16-jähriges Mädchen, um gemeinsam mit ihren Buddys von der Identitären Bewegung und rechten Medien eine Hetzkampagne gegen den demokratischen Rechtsstaat zu führen. Ein 16-jähriges Mädchen, das für den Rest ihres Lebens von dieser Berichterstattung verfolgt werden wird. Und zwar nicht wegen der Polizei oder des Schulleiters, sondern wegen Ihnen von der AfD und anderen rechtsextremen Gruppen, die diesen Fall verfälschen und breittreten. Ich würde mich schämen. Und was das für eine Hetzkampagne ist. Die AfD behauptet immer wieder, die Schülerin sei durch die Polizei aus dem Unterricht geholt oder gar abgeführt worden. Das ist gelogen. Sie wurde durch den Schulleiter herausgebeten. Die Polizei war für die anderen Schülerinnen nicht sichtbar. Die AfD behauptet, ein Schlumpfvideo sei Auslöser gewesen. Einer der Gründe, warum Sie das auch hier so aufbauschen. Fakt ist, es geht nicht um Schlümpfe. Es handelt sich um klar zuordnbare Screenshots von mehreren Postings mit einschlägigen rechtsextremen Codes und Parolen. Und gerade in der Kombination hat der Schulleiter hier völlig korrekt gehandelt. Die Polizei rufen und die Hintergründe klären. Wenn ein Schulleiter unsicher ist, ob Straftaten vorliegen oder nicht, dann ruft er die Polizei. Das ist seine Pflicht. Rechtsextremismus ist kein Kavaliersdelikt, über das man hinweglächeln sollte. Denn Rechtsextremismus ist Gift für unsere Gesellschaft. Und auch wenn man natürlich Grenzen austestet beim Aufwachsen und Dinge ausprobiert. Rassismus und Menschenfeindlichkeit sind weder edgy noch cool. Sie verletzen Menschen, sie töten Menschen. An alle Lehrkräfte da draußen, lassen Sie sich bitte nicht einschüchtern. Sie sind nicht alleine und wir stehen an Ihrer Seite. Wenn Sie extremistische Inhalte bemerken, sprechen Sie es an. Wenn Sie unsicher sind, ob man sich schon im strafrechtlich relevanten Bereich bewegt, rufen Sie die Polizei. Genau dafür ist sie auch da. Der Schulleiter hat völlig korrekt und verhältnismäßig gehandelt. Er hat mit den vorliegenden Anhaltspunkten als mildestes Mittel der Gefahrenabwehr das Gespräch mit der Schülerin und der Polizei gesucht. Das Gespräch wurde geführt, der Fall abgeschlossen, könnte man meinen. Aber was dann passiert ist, ist eine blau-braun orchestrierte Hetzkampagne nach bekannte Muster. Verkürzung, Verdrehen von Tatsachen, Skandalisierung um jeden Preis ohne Rücksicht. Der Schulleiter bekommt Drohungen? Egal. Amok-Drohungen an der Schule? Egal. Startschuss muss wegen der Drohungen ermitteln? Auch egal. Ein minderjähriges Mädchen für die Fake-Kampagne nutzen? Egal. Hauptsache Aufmerksamkeit, Hauptsache Delegitimierung. Und es fängt in Rippnitz-Dammgarten weder an, noch hört es da auf. In Dipoldeswalde wird ein Schulleiter bedroht, weil er auf einer Demonstration für Demokratie war. In Greifswald stellt die AfD in der Bürgerschaftssitzung einfach mal den Antrag, die Bürgerschaft bis nach der Kommunalwahl zu pausieren. Wozu braucht man denn auch kommunale Parlamente? In Großschirma bedrängt die AfD über Jahre den Bürgermeister. Der nimmt sich im Oktober letzten Jahres das Leben. Wieder und wieder versucht die AfD, Menschen einzuschüchtern, staatliche Institutionen und die Presse zu delegitimieren und die Bevölkerung zu verunsichern. Und Sie, gerade Sie, diskutieren wir heute unter dem Stichwort Meinungsfreiheit. Mit vielen kleinen und großen Nadelstichen versuchen Sie, Politik und Gesellschaft so mürbe zu machen, dass Sie sich am Ende das Land schaffen können, das Sie wollen. Und was das für ein Land ist, das wissen wir nicht zuletzt dank der Recherchen von Korrektiv. Ein Land für Reiche, ein Land für Weiße, ein Land, in dem Frauen nicht über ihre eigenen Körper bestimmen können, ein Land, in dem jede Form der Andersartigkeit unerwünscht ist. Und hier im Parlament sitzen Sie von der AfD als parlamentarische Arm des Rechtsextremismus. Sie beschäftigen mehr als 100 MitarbeiterInnen aus dem rechtsextremen Milieu. Sie wollen diese Demokratie von innen zerstören. Ich bin dankbar für alle Menschen, die genau das bekämpfen. Ich bin dankbar für alle Menschen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen und sich klar und stark auf der Seite unserer Demokratie stellen, öffentlich wie im Familien- und Bekanntenkreis. Ich bin dankbar für all die KommunalpolitikerInnen, die trotz Anfeindungen weitermachen. Ich bin dankbar für all die LehrerInnen und SchulleiterInnen, die ihren Schülerinnen und Schülern die vielfältigen Werte unserer Gesellschaft beibringen und handeln, wenn sie Extremismus in ihrer SchülerInnschaft sehen. Ich bin dankbar für die großartigen und wunderbaren Vereine und Projekte der Jugendarbeit, in denen junge Menschen Perspektiven und Mitbestimmung ermöglicht werden. Und ich bin dankbar für die vielen, vielen Menschen, die seit Monaten auf die Straße gehen, für Vielfalt, für Menschlichkeit, für unsere freiheitliche Demokratie. Das gibt mir Hoffnung. Wir müssen zusammenstehen als demokratische Kräfte in diesem Land, denn unsere Demokratie ist in Gefahr. Und wir werden diese Demokratie gegen alle Verteidigen, die sie angreifen, auch gegen Sie. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Lars Rober das Wort. Ich möchte auch, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in einer Zeit, wo die Stigmatisierung von Gegensätzen, die Rücksichtslosigkeit von Feindschaften und die Schlagkraft des Stärkeren scheinbar gewinnen. Und gemeinsam mit den Menschen sollen wir unsere Gesellschaft aber zusammenhalten hier in der Politik und die Bereitschaft zur Versöhnung auch in uns tragen. Im Beutelsbacher Konsens ist niedergelegt, was für politische Bildung gilt, aber auch Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet. Sie sind zur Neutralität in politischen Fragen verpflichtet. Schülerinnen und Schülern ist nicht eine Meinung aufzuzwingen. Allerdings dürfen, und ich will es auch klar sagen, sollen Lehrkräfte sich gegen antidemokratische Prinzipien wenden. Gefordert ist eine parteipolitische Neutralität, aber keine Neutralität gegenüber verfassungsgemäßen Werten. Lassen Sie mich einen Fall aus meinem Wahlkreis schildern, und dann wird die ganze Debatte schon ganz anders aussehen, die die AfD hier heute vom Zaumel brechen will. In Radeberg, am dortigen Gymnasium, haben Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Klasse von sich aus herausgearbeitet, welche Alternative die AfD tatsächlich zur aktuellen Politik bietet. Sie erarbeiteten auf einer Stellwand einen kritischen Diskussionsbeitrag über die Demokratiefreundlichkeit bzw. wahrscheinlich besser formuliert Verfassungstreue der AfD. Die einzelnen Punkte wurden gründlich durch Quellen belegt. Die Arbeit folgt dem Beutelsbacher Konsens. Dinge, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden, sollen auch in Schulen kontrovers diskutiert werden können. Schülerinnen und Schüler werden in die Lage versetzt, eine politische Situation und die eigene Interessenslage zu analysieren. Statt sich mit der Ausstellung auseinanderzusetzen, wie wir das wahrscheinlich auch alle tun würden in den Fraktionen, wenn ein Thema auf der Tafel drauf ist, die vielleicht mit unserer Arbeit zu tun hat, kündigt der sächsische AfD-Politiker Timo Schreier nach einem Besuch in der Schule die parlamentarische und juristische Prüfung an. An einer Einordnung durch den Schulleiter zeigt er keinerlei Interesse. Aber nach § 1 Sächsisches Schulgesetz ist schulische Bildung verpflichtet, auf dem Boden des Grundgesetzes und der sächsischen Verfassung eine freiheitliche Haltung zu vermitteln. Demzufolge ist die Aufklärung über extremistische Positionen und Tendenzen ein wichtiges Bildungsziel in allen Schulenformen. Dies ist im Rahmen der Arbeit an den Schulen keineswegs auf die AfD begrenzt. Schülerinnen und Schüler an den Schulen setzen sich mit den Argumenten der unterschiedlichen Parteien auseinander, nicht nur mit der AfD. Also fragen Sie mal in Ihrem Landesverband nach. Da gibt es Pressemitteilungen. Die AfD versucht, gegen Schulen und Lehrkräfte vorzugehen, die sich mit ihren rechtsextremen Inhalten auseinandersetzen, aufklären wollen. Schulleiter werden öffentlich diffamiert, angegriffen und beleidigt. Mit miesen Tricks wird versucht, Menschen mürbe zu machen und einzuschüchtern. Sie stehen als AfD nicht mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz. Ganz im Gegenteil. Sie treten es mit Füßen. Genau deshalb werden Teile Ihrer Partei auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Es ist unbedingt notwendig, richtig und wichtig, dass Politiker und Schulleiter und Lehrer zur Teilnahme an Demonstrationen für Demokratie aufrufen. Gehen Sie hin. Überdenken Sie aber Ihre Position. Mäßigen Sie sich in Ihren Forderungen und hören Sie endlich auf, unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben. Dann werden Sie auch nicht zum Ziel von Demonstrationen. Das Aufsetzen dieser Aktuellen Stunde entlarvt Sie aus meiner Sicht. Dass so viele Menschen auf die Straße gehen gegen Rechtsextremismus, versetzt Sie offensichtlich in Panik. Jetzt prangern Sie auch noch unsere Schulen an. An unseren Schulen erfolgt weder staatliche Einschüchterung noch ideologische Repression. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen, demokratisch und freiheitlich zu denken. Unsere Schulleiter und Lehrkräfte haben dabei unsere vollständige Unterstützung. Aus Überzeugung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Lamia-Cardot für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer! Ganz ehrlich, eigentlich ist es eine Unverschämtheit, dass wir uns hier ernsthaft mit einer aufgebauschten und in Teilen frei erfundenen AfD-Propagandakampagne beschäftigen müssen. Denn nichts anderes dokumentiert der hier vorliegende Fall. Ihre Propagandaversion lautet so. Eine Schülerin wird angeblich wegen eines harmlosen Videoposts auf ihren sozialen Netzwerken von der Polizei aus dem Unterricht geholt. Der aus ihrer Sicht linksgrün versiffte Schulleiter reißt bei Bekanntwerden dieser Information aus blanken Aktionismus heraus, die arme Schülerin sofort aus dem Unterricht und stellt sie zur Rede. In ihrer Propagandaversion ist das Opfer klar. Die Schülerin und der Täter der linksgrün versiffte, ideologisierte Schulleiter der Heimatverräter ist. Das ist doch klar. Die Meinungsfreiheit an Schulen wird eingeschränkt. Das sind ja fast DDR-Verhältnisse. Das wetterten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in rechten News-Outlets die vergangenen Tage in ihre Resonanzräume. Die Strategie ist doch einfach. Sie nehmen Vorfälle, interpretieren und schmücken sie nach Ihren politischen Vorstellungen aus und präsentieren sie der Öffentlichkeit. Das nennt man Instrumentalisierung und das Verbreiten von Desinformation. Das Spiel geht aber nicht auf. Es ist einfach zu offensichtlich. Denn folgender Sachverhalt ergibt sich, wenn man die Richtigstellung durch Polizei und die Ergänzung von Journalistinnen und Journalisten betrachtet. Ende Februar erhielt der Schulleiter des Gymnasiums in Riebnitz-Darmgarten von einer Hinweisgeberin die Information, dass eine 16-jährige Schülerin möglicherweise strafrechtlich relevante Inhalte in sozialen Medien teilt. Der Schulleiter informiert erst am Tag darauf und übrigens nicht sofort die Polizei, die das Material nach Prüfungen als nicht strafrechtlich relevant einstufte, aber dennoch das Gespräch mit der Schülerin und telefonisch mit der Mutter suchte. Die Geschichte wurde Mitte März von der Rechtsaußenposttelle Junge Freiheit groß aufgezogen. Darin wurde behauptet, bei den von der Schülerin geteilten Inhalten habe es sich hauptsächlich um ein TikTok-Video gehandelt, in dem Schlümpfe gezeigt werden und gesagt wird, dass Deutschland blau sei, wie die Schlümpfe und die AfD und dass Deutschland nicht nur ein Ort, sondern Heimat sei. Sehr geehrte Damen und Herren, was Sie verbreitet haben, kann man nur als Fake News bezeichnen. Der Schulleiter hat der Schülerin in keiner Weise nachgestellt. Er hat die Infos an der Hinweisgeberin erhalten. Einen Tag später hat er die Schülerin persönlich aus dem Unterricht geholt. Nicht die Polizei hat das getan, wie auch Sie insinuierten, um mit ihr über den Fall zu reden. Und das erscheint mir als ehemalige Lehrerin durchaus angemessen und normal. Hätte er... Ja, jetzt kommen Sie wieder mit meinen Schülern. Ja, dann hören Sie doch einfach zu, tut weh, ne? Hätte er bei einem konkreten Verdacht nicht gehandelt und es wäre etwas passiert, hätte der Schulleiter nun ein Disziplinarverfahren oder gar schwerwiegenderes wegen Unterlassung bekommen. Und des Weiteren handelt es sich bei den Inhalten, die die Schülerin verbreitet hat, kann es primär nur um das Schlumpf-Video, sondern um ziemlich üble, weitere teilweise rechtsextreme Äußerungen. Darunter sind Losungen des Dritten Weges und der Identitären Bewegung und Runenoptik mit einem Lorbeerkranz dekoriert. Das muss einen Schulleiter alarmieren, genauso wie es ihn hätte alarmieren müssen, wenn ein Schüler oder eine Schülerin dschihadistische Inhalte im Internet gepostet hätte. Schulen haben auch einen Erziehungsauftrag, und dem ist diese Schule vorbildlich nachgegangen, meine Damen und Herren. Was die AfD hier also tut, ist die Instrumentalisierung einer 16-Jährigen, deren Klarnamen durch eine rechtsextreme GoFundMe-Kampagne auch noch publik wurde und deren Fotos durch rechtsextreme Accounts geteilt wurden. Das von Ihnen gerügte Doxing kommt mitnichten von der Schule und den Behörden, sondern ist von Ihnen selbst. Außerdem verteidigen Sie hier aktiv rechtsextreme Äußerungen. Das sage ich nicht, sondern das belegt die Welt in Ihrem jüngsten Artikel. Sie demonstrieren also mit Ihrem Agenda-Setting wieder einmal den Rechtsextremismus in Ihren eigenen Reihen. Wie so oft, denn die über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Ihnen sicherlich dabei sehr hilfreich. Und weil das alles nicht nur verrückt genug und gefährlich ist, hat nun auch Frau von Storch sogar den Schulleiter wegen Nötigung und falscher Verdächtigung angezeigt. Genauso müssten Sie nun die Aktivisten der Identitären Bewegung, die vom Schuldach ein Bänder gehisst haben, wegen Hausfriedensbruchs anzeigen. Tun Sie aber nicht. Ganz offensichtlich. Ganz zu schweigen davon, dass, wenn es sich bei einer Schülerin um dschihadistische Äußerungen gehandelt hätte, Sie wahrscheinlich das SEK hätten in die Schule gehen lassen. Und wenn Sie schon von DDR 2.0 sprechen, nach der gestrigen Sondersitzung des Bildungsausschusses im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, war allen klar, dass es sich um eine orchestrierte Hetzkampagne der AfD handelt. Aber da es Ihnen an Skrupellosigkeit ja eigentlich gar nicht mangelt, belastet Ihr deutlicher stellvertretender Fraktionsvorsitzender Enrico Schuld nun einfach die Mutter. Sie sei schließlich schuld daran, dass das Video souveral ging. Wer denunziert denn hier bedroht, teilt Klarnamen, Fotos, verbreitet Falschmeldungen und lässt dann selbst schutzbedürftige, minderjährige Kronzeugen skrupellos fallen? Ich komme zum Ende. Es ist Ihre Partei. Es sind Sie, die rechte, demokratiefeindliche Propaganda betreiben. Und das werden wir als Demokratinnen und Demokraten in diesem Hohen Haus und auch anderswo nirgendwo leise, sondern sehr, sehr laut deutlich machen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Kubicki für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorfall an der Schule in der Rittenes Dammgarten hat in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen und jetzt hier im Hohen Hause auch. Wir haben innerhalb kurzer Zeit eine Reihe an Wendungen der Geschichte erlebt, die viele Menschen irritiert hat. Klar ist, es ist eine Angelegenheit, in der es nicht um die politische, sondern auch um die mediale Deutungshoheit geht. Wenn Journalisten in sozialen Medien erbittert nicht nur über Interpretationen, sondern schon über die Fakten streiten, dann können wir feststellen, dass es eine Sache der politischen Klugheit wäre, in dieser Frage keine Schnellschüsse zu tätigen. Es wäre auch zum Schutz der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und nicht zuletzt der betroffenen Familie besser, wir würden erst abwarten, bis die Sachlage wirklich sauber geklärt ist, bevor wir uns aufschwingen, einen vermeintlichen oder tatsächlichen Skandal zu einem grundsätzlichen bundesweiten Problem aufzublasen, das politische Konsequenzen haben muss. Wenn es eine Gefährdeansprache in der Schule gegeben haben sollte, deren Grundlage ein AfD-freundliches Schlumpfvideo war, dann wäre das ein Skandal. Wenn nicht, dann nicht, jedenfalls nicht unbedingt. Und nach aktueller Lage der Dinge ging es eben nicht darum, selbst die Mutter des Mädchens erklärt jetzt bei T-Online, dass sie ursprünglich davon ausgegangen sei, Schulleiter und Polizei seien aufgrund des Schlumpfvideos alarmiert gewesen. Sie erklärt demnach, sie können nach den ihr jetzt vorliegenden Informationen, jetzt wörtlich, an die AfD besser verstehen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Aber wenn das ordentlich gelaufen wäre von Schule und Polizei, dann hätten wir auch gewusst, um was es geht und anders reagiert. Und sie hat weiter erklärt, sie seien die Familie ins offene Messer gelaufen. Nach Lage der Dinge und ohne Schaum vor den Mund können wir Folgendes feststellen, Herr Baumann, dass der Schulleiter möglicherweise übersensibel reagiert und nicht zuerst im Rahmen seiner eigenen pädagogischen Verantwortung, gehandelt hat, war nach aktuellem Stand sicher nicht richtig. Dass die Polizeibeamten bestimmt mit guten Absichten ein Gespräch mit der Schülerin geführt haben, obwohl die in Rede stehenden Posts auch nach ihrer Ansicht die Grenzen des Strafbares nicht überschritten haben, ist ebenfalls aufklärungsbedürftig. Denn es liegt auf der Hand, Frau von Storch, es liegt auf der Hand, dass diese Art des Vorgehens einen einschließenden Effekt hat. Aber es ist kein generelles Problem, Frau von Storch. Sie haben ein generelles Problem. Hierin ist es ein Einzelfall. Dass es mediale Berichte gab, die den Sachverhalt zuerst mindestens schief, wenn nicht gar falsch wiedergegeben haben, basiert offensichtlich auf schlechter Recherche. Und dass sich die AfD aufgrund der ersten schlecht recherchierten Berichte als armes Opfer stilisiert, sind wir gewohnt und müssen wir bedauerlicherweise oder Gott sei Dank im demokratischen Meinungskampf einfach hinnehmen. Dass aber die AfD diesen Vorfall zum Anlass nimmt, über Meinungsfreiheit an Schulen zu debattieren, offenbart eine Verantwortungslosigkeit, die gewählten Vertretern dieses Hohen Hauses nicht gut zu Gesicht steht. Ich konzidiere ja, Meinungsfreiheit an Schulen ist grundsätzlich ein wichtiges Thema. Man kann zum Beispiel mit Recht kritisieren, dass Kultusminister in der Vergangenheit das Schulschwänzen gebilligt haben, wenn es ums Klima ging, aber mit harter Hand reagiert haben, wenn es um andere Themen ging. Ich habe bislang nicht gehört, dass zum Beispiel eine Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an den Bauerndemos für ähnliche offizielle Begeisterung gesorgt hätten. Wir können und sollten ernsthaft darüber diskutieren, ob der Beutelsbacher Konsens mit den drei Säulen Überwältigungsverbot, Kontroversität und Schülerorientierung noch heute die unumstößliche Grundlage in der schulischen Bildung ist. Es wäre eine wichtige Frage, ob die jungen Menschen im Land ausreichend befähigt werden, ihre eigene politische Meinung zu bilden. Es wäre eine wichtige Frage, ob die jungen Menschen mit 16 Jahren ausreichend von der Schule gerüstet werden, um die Verantwortung für die Teilnahme zum Beispiel an der Bundestagswahl zu tragen, wie es viele fordern. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, einen Einzelfall heranzuziehen, bei dem es offensichtlich zu unglücklichen Verkettungen gekommen ist, um eigentlich nur das weitere weinerliche Narrativ zu bedienen, dass die AfD das eigentliche Opfer dieser demokratischen Gesellschaft ist. Ich sage Ihnen, das ist unwürdig, das ist peinlich und schamlos. Diesen vorliegenden Fall muss man differenziert betrachten. Dass Sie zu einer differenzierten Betrachtung nicht in der Lage sind oder auch nicht willend sind, zeigt, dass Sie sich nicht zu schade dafür sind, auf dem Rücken einer 16-Jährigen und Ihrer Familie parteipolitische Spiele zu spielen. Wer meint, dass er damit Deutschland dient, der verwechselt Deutschland mit sich selbst. Und das ist wirklich schade. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Götz Frömming für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Als ich zum ersten Mal von diesem Fall hörte, habe ich versucht, mich zu erinnern, ob ich jemals in meiner Zeit als Lehrer, und ich war fast 20 Jahre als Lehrer in verschiedenen Schulen tätig, zuletzt auch hier in Berlin, ob ich jemals die Polizei gerufen habe. Und tatsächlich ist mir ein Fall eingefallen. Das war, als ein Schüler mit einer scharfen Waffe in die Schule gekommen ist, hier in Berlin. Allerdings wäre es weder mir noch meinen Kollegen in den Sinn gekommen, wegen abweichender politischer Meinungen eines Schülers oder einer Schülerin, wie Sie immer sagen, gleich die Polizei zu rufen. Dieser Schulleiter, meine Damen und Herren, hat in dieser Hinsicht komplett pädagogisch versagt. Und es geht ja nicht um einen Einzelfall, werter Herr Kollege Kubicki, sondern es geht um etwas Grundsätzliches, nämlich um die Frage, wie es um die Meinungsfreiheit in diesem unserem Lande noch bestellt ist. Sie gilt nämlich nicht nur für Erwachsene, sondern, Frau Kollegin, sie gilt erst recht und insbesondere für Schüler, die sich im Schutzraum Schule aufhalten und die nicht die Immunität genießen, wie wir Abgeordnete. Ich wünsche Ihnen nicht, dass nachher die Polizei vor der Tür steht und Sie mit Ihren Aussagen konfrontiert. Und das sollte auch bei Schülern nicht so sein. Gerade Sie verdienen unseren Schutz, meine Damen und Herren. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wer gefährdet denn hier die Demokratie? Ein 16-jähriges Mädchen, das gesagt haben soll, Deutschland ist für Sie mehr als ein Ort, nämlich eine Heimat. Oder ist es der Schulleiter? Ist es der Schulleiter unterstützt von der Polizei, von Innenministerin, der Bildungsministerin, einer Ex-SED-Partei übrigens angehörend, sind es nicht vielmehr die, dass die unsere Demokratie gefährden? Meine Damen und Herren, ich glaube, die Bürger da draußen in unserem Lande haben diese Frage schon längst für sich entschieden. Und die Antwort werden Sie bei den nächsten Wahlen erhalten. Da freue ich mich schon drauf. Und eigentlich, eigentlich waren wir bei diesem Thema ja schon weiter. Und da gucke ich mal zur CDU. Vielleicht erinnern Sie sich mal dran, wie das Anfang der 80er Jahre war. Da gab es einen Mann, der hieß Franz-Josef Strauß. An meiner Schule gab es, ich war noch selbst zu jung, vielleicht hätte ich das sonst auch gemacht, da gab es mutige Schüler, die trugen eine Plakette Stopp Strauß. Und auch sie wurden von der Polizei drangsaliert. Eine Schülerin wurde von der Schule verwiesen. Sie musste klagen auf ihr Recht auf Meinungsfreiheit. Sie hat erst nach einigen Jahren Klagen Recht bekommen. Und das Bayerische Schulgesetz musste an dieser Stelle geändert werden. Und das sollten vielleicht auch diejenigen sich zu Herzen nehmen, die wie die SPD jetzt gerade in meinem neuen Wahlkreis Brandenburg versuchen, ein Anti-AfD-Schulgesetz auf den Weg zu bringen, meine Damen und Herren. Lernen Sie aus der Geschichte und kehren Sie zurück auf den Boden unserer Verfassung. Die Meinungsfreiheit steht über solchen Schulgesetzen, meine Damen und Herren. Und es ist ja eben auch schon angesprochen worden, wir haben ja zwei, sage ich mal, historische Erfahrungsstränge, aus denen wir lernen könnten. Der eine führte zum Beutelsbacher Konsens, das waren die Kämpfe 1968 folgende. Und der andere, das sind die Erfahrungen, die wir in der SED-Diktatur gemacht haben, oder zumindest einige von uns selbst machen mussten. Und aus beiden diesen historischen Erfahrungen ergibt sich doch eigentlich nur eine Lehre, meine Damen und Herren. Man ruft nicht die Polizei, wenn ein Schüler eine abweichende politische Meinung vertritt. Das ist zunächst mal eine Sache für die Schule. Und meine Damen und Herren, dieses stickige, geistige Klima, das sich so langsam in unserem Land ausbreitet, das hat ja einen Ursprung. Und das kommt nämlich gar nicht aus dieser Schule in Riebnitz-Dammgarten, sondern das kommt von da. Das kommt direkt aus der Bundesregierung, und zwar von Anfang an. Die Bundesinnenministerin hat bereits am 17. Dezember 2021, ich zitiere mit ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin aus den sozialen Medien, Zitat, Wer im Netz Hass und Hetze verbreitet, sagt die Bundesinnenministerin, bekommt es mit der Polizei zu tun. Wir müssen solche Delikte konsequent verfolgen, auf allen Ebenen, Zitat Ende. Offenbar gilt das auch für den Schutzraum Schule, meine Damen und Herren, wie wir jetzt gemerkt haben. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal festhalten, die Schülerin hat nach allem, was Sie bisher wissen, haben Sie auch festgestellt, Herr Kubicki, sich keiner Straftat irgendwie irgendetwas zu Schulde kommen lassen. Sie hat nichts Strafwürdiges begangen, und daran ändern jetzt auch die nachgeschobenen Bildchen von Ihnen überhaupt nichts. Sie hat Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen und wird nun von Uniformierten eingeschüchtert, wie in eine Diktatur, die hier einige offenbar wieder errichten wollen. Und da stellen wir uns dagegen. Es geht hier leider die Saat auf, ganz von oben gestrickt, von Frau Faeser, von Paus. Sie richten Meldeportale ein. Sie wollen Meinungsdelikte verfolgen unter der Strafbarkeitsschwelle. Das alles sind Vorzeichen einer Gesinnungsdiktatur. Wir wissen, wo wir in diesem politischen Kampf stehen, auf der Seite der Demokratie und auf der Seite des Mädchens im Rietnitz-Dammgarten, die übrigens kreif geworden ist durch Ihre Hetze. Ich wünsche Ihnen von hier aus gute Besserung, meine Damen und Herren. Das Wort hat der Kollege Martin Rabanus für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Kollegin Kador und der Kollege Kubicki haben es schon gesagt. Ich will das aber auch noch mal vorne dran stellen, weil ich es geradezu ekelhaft finde, wie die AfD hier die Geschichte rund um ein offensichtlich fehlgeleitetes Mädchen instrumentalisiert für die eigenen Zwecke. Und ich will auch gar nicht weiter auf den Einzelfall eingehen, weil es um den Einzelfall tatsächlich überhaupt nicht geht. Dieser Einzelfall bildet nur wieder mal einen unappetitlichen Anlass dafür, dass die AfD geradezu weinerlich auch das ist schon gesagt worden in einer Mischung aus Empörung und vollgeheultem Taschentuch die Geschichte davon erzählen will, dass hier ein Teil eines bestimmten legitimen Meinungsspektrums unterdrückt werden würde. Das ist aber absolut nicht der Fall. Was Sie tun, ist nichts anderes, als dass Sie wieder die Institutionen des Staates in den Dreck treten, dass Sie nun haben es mit den Bildungseinrichtungen zutun. Bei anderer Gelegenheit ist es die Rechtsstaatlichkeit an sich, die Ihnen nicht passt. Und mit der Wahrheit haben Sie es auch nicht so sonderlich, denn Sie machen aus Nazi-Jargon und rechtsextremen Inhalten ein Schlumpfvideo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss man in der Tat erst mal drauf kommen. Warum machen Sie das alles? Sie machen das alles, weil Sie ein anderes Land wollen, weil Sie eben keine freiheitliche Demokratie wollen, weil Sie eben nicht wollen, weil Sie eben nicht wollen, dass alles gesagt wird, sondern dass das gesagt wird, was Ihnen und Ihresgleichen passt. Das ist doch der entscheidende Punkt. Alles andere wollen Sie mundtot machen, wollen Sie ausmerzen, wollen Sie durch Hetze und Drohungen durch ein Klima der Angst am besten verhindern. Der aktuelle Umgang mit dem couragierten Schulleiter macht das überdeutlich. Wir leben aber in einem freien Land, und das wird auch so bleiben. Der beste Beweis dafür ist ja, dass wir diese Debatte hier führen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Ich wiederhole das noch einmal. Wir leben in einem freien Land. Wir leben in einem Land, in dem es Meinungsfreiheit gibt. Ich werde immer dafür werben, dass jeder legitim auch seine Meinung sagen kann. Das liegt im Übrigen in der DNA der deutschen Sozialdemokratie seit über 160 Jahren. Aber das heißt nicht, dass krude Thesen und Themen unwidersprochen oder unkommentiert bleiben. Genau das Gegenteil ist es. Sie werden es ertragen müssen, dass Ihre verhetzenden Beiträge auch in diesem Parlament eine klare Reaktion bekommen und eindeutig auf die geantwortet wird. Und das ist kein Grund, so zu tun, als würde man seine Meinung nicht sagen dürfen. Das ist kein Grund, hier Taschentücher voll zu heulen, sondern das müssen Sie aushalten. Wer in die Küche geht, der muss auch den Dampf ertragen. Aber lassen Sie mich abschließend auch noch einen anderen Punkt deutlich machen. Noch einmal, ja, in unserem Land herrscht Meinungsfreiheit. Das ist so. Aber Antisemitismus oder Faschismus beispielsweise sind keine Meinungen, sondern sind Verbrechen. Und das muss man auch klar sagen. Am Mittwoch haben wir hier noch eine Debatte geführt über Antisemitismus in Bildung, Wissenschaft und Kultur. Mit vielen wohlfeilen Aussagen, von denen Sie ganz offensichtlich heute auch nichts mehr wissen. Nein, werte Kolleginnen und Kollegen, es gibt Dinge, die dürfen in diesem Land nicht ungestraft gesagt werden. Und es gibt Dinge, die in diesem Land nicht ungestraft getan werden. Dafür steht unser Rechtsstaat. Dafür stehen unsere Institutionen. Und dafür stehen im Übrigen wir Demokratinnen und Demokraten auch ein. Und wir kämpfen darum, dass diese Errungenschaften eben nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen. Wir werden sie gegen sie verteidigen. Wir werden es uns nie wieder kaputt machen lassen, dass wir in einer freiheitlichen Demokratie leben. Und dieses Nie wieder ist jetzt. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Thomas Järz-Hombeck für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Erste, wofür ich in dieser Debatte einmal werben möchte, ist mehr Sachlichkeit. Ich glaube nicht, dass es uns hilft in der Auseinandersetzung mit der AfD, wenn durch zu viel Emotion dieser selbstgewählte Opfer Nimbus auch noch gestärkt wird. Und deshalb, glaube ich, macht es Sinn, dass wir uns sachlich mit Dingen auseinandersetzen. Zum Beispiel sachlich mit der Frage, warum ich mich gerade umsetzen musste, weil Frau von Storch neben mir so laut geschrien hat, dass ich an meinem Platz nicht mehr sitzen bleiben wollte. Das ist nicht mein parlamentarisches Recht, sondern Sie behaupten, Sie werden konservativ. Sie pöbeln aber hier schlimmer rum als manche Fußballfans in der Nordkurve. So, Sie machen ja gleich weiter. Es ist doch schön, wenn Sie meine These belegen. Als Nächstes widerlegen Sie sich selbst. Ihr letzter Redner hier hat doch gerade selber erklärt, dass er 20 Jahre lang im Schuldienst nie aufgefordert wurde, die Polizei zu rufen. Das heißt also, ganz offensichtlich ist es ja nicht der große Staat, der sich hier auf eine arme, kleine Schülerin konzentriert hat, sondern wir reden hier von einer Entscheidung in einer Schule von einem einzelnen Schulleiter. So, am Ende reden wir hier über Menschen, die vielleicht auch mal Fehler machen, denen vielleicht auch mal eine Emotion durchgeht. Ich lese Zeitungsartikel, die auch sehr unterschiedlich darüber darstellen, was dieses Mädchen gepostet hat, wie dieser Schulleiter reagiert hat. Dass eine Reaktion darauf, dass wenn ein Mädchen irgendwas postet, die Polizei kommt, dass das nicht die richtige Reaktion sein kann. Ich glaube, darüber besteht hier Einigkeit. Darüber besteht hier Einigkeit. Ich glaube aber auch, dass das Rednerpult des Deutschen Bundestages nicht der richtige Ort ist, ein Mädchen zu verurteilen oder ein Schulleiter zu verurteilen oder geschweige denn hier die Wahrheit zu ermitteln. Und vielleicht brauchen wir einfach mehr politische Bildung. Ich nehme mal ein Zahlenwerk aus den USA, was mich bewegt hat. Ein Artikel aus dem Economist vor kurzem über die Frage, Erhebung war vom 2. Dezember 2023, ist der Holocaust ein Mythos in den USA. In den Altersgruppen über 45 Jahre hat so gut wie keiner gesagt, es handele sich beim Holocaust um einen Mythos. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sind 20 Prozent der Überzeugung, der Holocaust sei ein Mythos. Und hier, meine Damen und Herren, haben wir ein wirkliches Problem. Und ich glaube, auch Sie wollen nicht behaupten, dass der Holocaust ein Mythos ist. Gut, nein, ich will es nur klar machen, dass wir hier eine gemeinsame Linie haben. Wenn Sie das so bestätigen, finde ich das gut. So, und deshalb müssen wir in der politischen Bildung etwas tun. Und ich glaube, die Augen zuzumachen vor Entwicklern und den sozialen Medien wäre naiv. Und die Herausforderung in der Schule heute ist, dass der Geschichtsunterricht gegen TikTok antreten muss. Und auch Sie bespielen ja dieses Medium sehr fleißig. Das kann man nicht anders sagen. Und wenn Sie behaupten, irgendeiner würde Sie zensieren, dann lese ich immer davon, dass Sie die höchsten Reichweiten auf TikTok haben. Keiner verbietet Ihnen hier etwas. Aber vielleicht sind es auch manche Aussagen, die Sie treffen, die inzwischen so wild sind, dass selbst Ihre Freunde in Peking von TikTok inzwischen dazu gekommen sind, einen der Ihren zu drosseln für 90 Tage wegen Verstößen gegen die Community-Richtlinien von TikTok. Das muss wohl Gründe haben. Und ich kann Ihnen auch sagen, was das vielleicht für Stücke sind. Wir hatten ja hier gestern, das ist alles irgendwie ein Déjà-vu, schon mal eine Debatte. Und ich will das noch mal sagen. Ihr Kollege Eugen Richter aus Ihren Rhein sagt im russischen Radio, es gibt keine Demokratie in Deutschland. Das heißt, es wird eine einheitliche Meinung aufgedrängt, und zwar von der regierenden Elite. Und alle anderen politischen Meinungen werden mit allen möglichen Mitteln unterdrückt. Sie können doch frei reden. Sie können selbst so einen Stuss sagen. Das können Sie hier sagen, das können Sie in Russland sagen und wissen, was das Tolle ist. Sie können ja einfach rausgehen danach. Wenn Sie die Show, die Sie hier abziehen, wenn Sie, Frau von Storch, wenn Sie die Show, die Sie hier abziehen, in der russischen Duma abziehen würden, würden Sie verschwinden. Das kann ich Ihnen sagen. Deshalb kann ich nur sagen, hören Sie auf, Fake News zu versenden und an alle jungen Menschen raus, die sich das auf TikTok angucken. Einer von Ihren sagte, echte Männer sind rechts, dann klappt es auch mit der Freundin. Ich sage Ihnen, die Wahrheit ist, wer mit der AfD ins Bett geht, der wacht mit Beatrix von Storch wieder auf. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Franziska Krumm-Wiede-Steiner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Kopfkino muss verschwinden. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! Als Lehrerin fehlen mir die Worte, wenn ich die Wortwahl Ihres Antrags für die Aktuelle Stunde lese. Sie nutzen den Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes schamlos aus und treten ihn mit Füßen. Im Rahmen der Meinungsfreiheit betreiben Sie Geschichtsrevisionismus der braunsten Couleur und stellen unter Beweis, Sie haben viele Meinungen, aber keine Ahnung. Nur weil man Dinge immer wieder sagt, werden Sie nicht besser. Sie nutzen Ihre eigenen kruden Verschwörungsideologien, um AnhängerInnen für ihre gefährliche politische Agenda zu gewinnen. Sie beherrschen das Instrument der ideologischen Repression, weil Sie von den Vorbildern aus den Geschichtsbüchern der 9. und 10. Klasse gelernt haben. Geschichte als Fach hat übrigens, Herr Frömming, die Aufgabe, historisches Bewusstsein zu fördern, Vergangenes auf die Gegenwart zu beziehen, damit wir für die Zukunft lernen. Die Frage, was die nächste Generation aus der Geschichte lernen kann und soll, ist je nach Disziplin umstritten und streitbar. Die Differenz von Absicht und Wirkung ist von besonderer Bedeutung, wenn mit den Lernzielen hohe gesellschaftspolitische und moralische Erwartungen verbunden sind. Offensichtlich hat das bei der AfD-Fraktion nicht funktioniert. Allein die Verwendung des Begriffs der ideologischen Repression zeigt, wie wenig Sie aus dem Geschichtsunterricht verstanden haben. Sie ziehen die falschen Schlüsse, ungeachtet der historischen Tatsache, dass seit 1945 das demokratische Spektrum hier im Bundestag die Ehrenamtlichen da draußen, die Vereine, neu zugewanderte, Menschen mit Familiengeschichte, Seite an Seite mit Kindern und Enkelkindern der Tätergeneration für die Demokratie und gegen das Vergessen arbeiten. Beamtinnen haben nach § 33 Absatz 1 Beamtenstatusgesetz die Pflicht, sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Einhaltung einzutreten. Ich möchte hier und jetzt ganz besonders alle Lehrerinnen, aber darüber hinaus natürlich auch alle Beamtinnen, ganz egal ob im Finanzamt, bei der Polizei oder sonst wo, motivieren, dies umso stärker zu tun. Sie sind sich nicht einmal zu schade, eine 16-jährige Schülerin für die Verbreitung ihrer Fake News auszunutzen und sogar mit einer Kampagne den Klarnamen der Schülerinnen publik zu machen und damit erst der Öffentlichkeit preiszugeben. Sie denunzieren, lügen, hetzen in alle Richtungen gegen alle, die nicht ihrer Meinung sind und bezeichnen den demokratischen Diskurs als ideologische Repression. Beatrix von Storch, Frau Kador hat das schon angeführt, hat den Schulleiter wegen Nötigung und falscher Verdächtigung angezeigt. Bitte zeigen Sie jetzt auch die Aktivisten der Identitären Bewegung wegen Hausfriedensbruch an, dafür, dass sie auf das Dach der Schule gegen sind und ein Banner gehisst haben. Sie sind das Problem, nicht die Lösung. Sie wollen mit Ihren Aktionen bewusst den Schulfrieden stören und Sie sind sich nicht zu schade, selbst eine Denunziationsplattform einzurichten, auf der LehrerInnen gemeldet werden können, die nicht Ihrer Gesinnung entsprechen. Das sind totalitäre Methoden, das ist Repression, das ist AfD. SchülerInnen in Deutschland haben Angst. Sie haben Angst, weil im Bundestag eine Fraktion sitzt, die gegen sie arbeitet. SchülerInnen fragen ihre LehrerInnen, wollen die mich abschieben? Warum wollen die mich abschieben? Die Antwort der Lehrkraft kann nach § 33 Beamtenstatusgesetz und besonders gemäß Beutelsbacher Konsens nur sein, ja, das wollen die. Aber es gibt eine Mehrheit, eine Mehrheit, die seit Wochen überall in Deutschland auf die Straßen geht. In meinem Wahlkreis in Mülheim an der Ruhr waren es 7000 Menschen, die gegen die AfD, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf die Straße gegangen sind. Freiheit wird nie geschenkt, immer nur gewonnen, sagt Heinrich Böll. Und deswegen bin ich jedem Einzelnen und jeder Einzelnen dankbar, die oder der ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit und für die Freiheit zeigt. Egal, ob bei den Demos auf der Straße, bei anstrengenden Diskussionen im Familien- oder im Freundeskreis oder im Kollegenkreis oder eben in der Schule, als engagierte Schülerin oder Lehrkraft, herzliche Grüße an die Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Mülheim. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Anke Domscheid-Berg für die Gruppe Die Linke. Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass die AfD im Bundestag 100 rechtsextreme Mitarbeiter beschäftigt, machte Schlagzeilen. Dass ein AfD-Abgeordneter forderte, solche Mitarbeiter sollen Waffen in den Bundestag bringen können, machte auch Schlagzeilen. Da suchte und fand die AfD ein Ablenkungsmanöver und fand die falsche Behauptung, wegen eines Schlumpfvideos hätte die Polizei eine Schülerin kriminalisiert. Dabei kam die Polizei wegen Screenshots mit rechtsextremen Codes von Dritter Weg und Identitären. Ein Drittel aller rechtsextremen Taten von Minderjährigen passieren im Kontext Schule. Und vor diesem Hintergrund übernahm ein Schulleiter Verantwortung und informierte die Polizei. Die prüfte, stellte nichts Strafbares fest und führte ein präventives Aufklärungsgespräch zu den Grenzen der Meinungsfreiheit. Und das ist Prävention und damit ein Job der Polizei. Der Skandal ist gar keiner. Er ist pure Propaganda der AfD. Hetze kombiniert mit deutschnationalen KI-generierten Schlumpfbildchen. Vom Schuldach wurde ein Banner ausgerollt mit Schlumpf und dem Slogan Heimat ist kein Verbrechen. Das wurde nämlich auch die falsche Behauptung verbreitet. Die Polizei kam, weil die Schülerin gesagt hätte, Deutschland sei ihre Heimat. Ist natürlich Quatsch. Und längst hat die Mutter öffentlich zugegeben, die Polizei hat weder von Schlumpfvideo noch von Heimat gesprochen. Trotzdem twitterte von Storch ein Interview der 16-Jährigen in der Jungen Freiheit, inklusive diesem Schlumpfmärchen, und schreibt dazu, das Interview möge Deutschland erschüttern und endlich wachrütteln. Und sie nickt auch jetzt noch. Was sie meint, ist anstacheln zur Aufruhr. Solche Lügen sind aber gefährlich. In den sozialen Medien der AfD findet man x-fach veröffentlicht Fotos, Namen und Adressen dieses Schulleiters. Unzählige Drohungen erhält er seitdem. Wir waren uns erst am Mittwoch hier im Hause alle einig, bei der Debatte zum Thema Antisemitismus in Bildungseinrichtungen, dass es aufmerksame Lehrkräfte braucht. Und dieser Schulleiter war genau das. Er war aufmerksam. PädagogInnen, die sich Rechtsextremismus und Rassismus entgegenstellen, muss man den Rücken stärken, meine Damen und Herren. Am Ende verlieren wir doch alle, selbst das Mädchen mit seinen kruden Äußerungen. Denn obwohl es mit 16 noch Jugendschutz genießt, wird es rücksichtslos von der AfD instrumentalisiert. Ihr Name, ihr Foto, ihr Wohnort, ihre Schule, alles das ist öffentlich im Internet, und zwar wahrscheinlich für immer. Die Schule wurde mit Hakenkreuzen beschmiert und mit einem Amoklauf bedroht. Daneben gibt es aber eine GoFundMe-Kampagne für Mama, das Spendenziel 10 000 Euro. Und auch das gehört zur Wahrheit. Hass ist zwar keine Meinung, aber immer öfter ein Geschäftsmodell. Abgerechnet wird aber zum Schluss. Und da könnte die Lügerei nach hinten losgehen. Der belgische Rechteinhaber des Schlümpfe kündigte Maßnahmen gegen den Missbrauch seiner Marke an. Dann braucht die AfD neue Motive. Die Spendenkampagne braucht Ersatz für die Jungmädelschlumpfhine und die Mutter ein neues Profilbild ohne Schlumpf. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Für die FDP-Fraktion hat der Kollege Peter Haidt das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Vorbereitung auf diese Rede habe ich versucht, mich zu informieren. Was ist geschehen? Was wissen wir wirklich? Eine 16-jährige Schülerin eines Gymnasiums in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Mutter hatten behauptet, der Schulleiter habe die Polizei eingeschaltet, weil die Tochter ein AfD-freundliches Video verbreitet hätte. Das sogenannte Schlümpfe-Video und die Reaktion in der Schule schlugen dem Mädchen hohe Wellen. Der AfD greift den Fall auf und hetzt völlig ungehemmt. Das verletzt die Persönlichkeitsrechten der Schülerin erst recht, ist der AfD aber völlig egal. Und das Mädchen kann ich dagegen kaum wehren. Um welches Post es genau geht, ist nicht völlig klar. Die Schülerin sagt, sie hätte ein harmloses Werbevideo der AfD mit blauen Schlümpfen hochgeladen. Aus Ermittlerkreisen heißt es allerdings, es sei um völlig andere Videos gegangen. Zeitungen wollen erfahren haben, dass die Inhalte ausländerfeindlich und politisch rechtzeitig seien. Trotz der gestrigen Sondersitzung des Bildungsausschusses des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern ist heute nicht wirklich völlig klar, was eigentlich passiert ist. Und daran liegt auch ein Problem in der Sache, an der hochproblematischen Innovationspolitik der Bildungsministerin Mecklenburg-Vorpommern. Sie klärt nicht auf. Und selbst vor dem Bildungsausschuss des Landtags gibt sie keine wirklichen Antworten. Vielmehr schaut die Ministerin völlig tatenlos dem Treiben der AfD zu. Das ist für mich unverantwortlich. Und es hilft nur der AfD und ihren Fake News. Ich finde es auch problematisch, dass offensichtlich aus der Bildungsverwaltung des Landes Informationen unter der Hand an Journalisten durchgestochen werden. Entsprechend den Ausführungen des Ministeriums gestern im Landesbildungsausschuss sollen die Schulleitungen bei Besitz und Verbreitung von extremistischen Inhalten die Polizei rufen. Und natürlich müssen sie dann auf die Polizei rufen und handeln. Die Vorschriften des Landes zu Notfällen werden aber selbst im Ausschuss nicht zur Verfügung gestellt. Was nun ganz genau den Schulleiter individuell veranlasst hat, die Polizei zu rufen, wird dem Ausschuss nicht mitgeteilt. Somit können wir die Verhältnismäßigkeit der konkreten Maßnahmen nicht prüfen. Da bleibt also auch die Frage, wie tatsächlich zukünftig gewährleistet wird, dass ein Vorgehen auch tatsächlich verhältnismäßig ist. Für die Zukunft müsste also sichergestellt werden, dass bei Verdachtsfällen an Schulen angemessen und fair reagiert wird, an allen Schulen und unabhängig davon, ob rechts- oder linksextreme Inhalte verbreitet werden. Es muss mit gleichem Maß gemessen werden. Für mich ist es immer sinnvoller, zunächst einen Dialog zu suchen, zum Beispiel ein pädagogisches Gespräch zu führen, bevor man eine Polizei ruft. Außerdem müssten wir den Mut haben, auch an Schulen intensive politische Diskussionen zu führen und die Auseinandersetzung zu suchen. Hätte die AfD ein Verantwortungsbewusstsein – okay, das ist jetzt mit der Sprache in sich selbst, klar – dann hätte sie das Mädchen aber nicht in die Öffentlichkeit gezerrt. Sie hätte dem Mädchen vielleicht geraten, du hör mal zu, nimm doch mal mit dem Elternbeirat Kontakt auf, lass das doch mal intern reden. Das wäre verantwortungsvolle Politik gewesen. Das tun sie aber nicht. Sie gehen dazu über, in die Öffentlichkeit zu gehen und schicken das Mädchen ein mediales, fähiges Feuer. Völlig unverantwortlich. Der AfD geht es allein darum, eigenes parteipolitisches Kapital zu schlagen. Für mich wird das überdeutlich damit klar, was ein Geisteskind Sie sind. Es geht nicht um Freiheit, es geht nur um Ihre Politik. Ich muss eigentlich auch sagen, dass sich der Journalismus fragen muss, ob er wirklich solche Fälle so aufgreifen muss. Ist es notwendig, Fernsehteams das Schuldgelände belagern, das Privatkundstück des Mädchens? Wir haben ja gehört, es gab danach viele Hass, Hetze. Das hilft nur der AfD alles. Ich glaube, auch der Journalismus muss sich fragen, ob man dann so ein Thema nicht so aufgreift, gerade nicht so in die Öffentlichkeit geht. Die Situation ist an meiner Auffassung aus dem Bruder gelaufen. Ich wünsche mir einfach insgesamt mehr Besonnenheit. Der Kampf gegen Extremismus gelingt nicht, indem man Polizei in Schulen schickt. Er gelingt, wenn man junge Menschen in die Lage versetzt, Dinge kritisch zu hinterfragen, zu überprüfen und einzuordnen. Politische Bildung darf weder drängen noch lenken, sondern sie soll aufklären, eine mündigen und aktiven Menschen herbeiführen. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Demokratie. Nicht zuletzt geht es darum, dass Einschüchterungen Gift für die Meinungsfreiheit sind. Das merken wir doch gerade ganz aktuell bei Kommunalwahlen, wo sich immer mehr Menschen aus Angst vor der Hetze der AfD, vor den Einschüchterungen der AfD nicht mehr bereit sind, sich auf Kommunalparlamente auf die Liste zu setzen. Ich habe mit vielen Menschen, gerade in Thüringen und Sachsen, gesprochen, mit genau das gesagt haben. Selbstständige mir sagen, sie können nicht mehr zur FDP veranstalten, kommen, weil dann geht bei Ihnen wegen der Hetze der AfD keiner mehr einkaufen. Nein, so ist es. Die West-Werwelle hat einmal gesagt, die Freiheit stirbt zentimeterweise. Das gilt auch für die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Im Übrigen bin ich der Meinung, Julian, dass der Ausschalte sofort freigelassen werden. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Ingeborg Gressler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende dieser Debatte kann man sich schon fragen, und Herr Heidig kann mich in vielem Ihren Worten anschließen, man kann sich fragen, was wissen wir jetzt, was haben wir jetzt davon? Sie haben ein fürchterliches Eigentor geschossen. Das ist ganz klar. Sie haben ein Eigentor geschossen. Es ist offensichtlich, dass Sie eine unethische und zutiefst unmoralische politische Gruppierung sind, die vor nichts heilt macht und der auch nichts heilig ist, auch nicht eine 16-Jährige, eine zerbrechliche junge Frau, die vielleicht Dinge gemacht hat, die sie vielleicht in einem halben Jahr schon nicht mehr macht. Der Schülerpost mit Polizei ist Ihnen voll vor die Füße gefallen, voll. Was jetzt so nach und nach auch bekannt wird, ist deutlich verschieden von dem, was Sie und manche Ihrer sympathisanten Medien an Skandal verbreiten. Das wir immer noch nicht wissen, da hat der Herr Heidig recht, was eigentlich passiert ist, finde ich auch sehr komisch. Hat auch der Herr Kubicki gesagt. Ich finde es sehr komisch. Es besteht ein Bedarf an Aufklärung, und zwar an voller Aufklärung. Es wäre gut, wenn alle Teile dieses Hauses den Einfluss auf ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde gelten machen würden. Wir müssen wissen, was passiert, um Willen einer politischen Gesamtlage in dieser Republik. Ich glaube nicht, dass Sie irgendeinen Honig rausziehen werden von dieser Geschichte, weil der Bedarf an Krawall und an Krawallmacher ist gedeckt. Sie werden sehen, dass diese Krawallmacherei auf Ihr Konto jetzt nicht mehr einzahlt, weil so allmählich alle Menschen verstehen, was damit angerichtet wird. Wir haben darüber geredet, was müssen eigentlich die anderen machen. Ich würde mir wünschen, der Kollege Jair Zombeck hat es auch gesagt, dass wir sehr viel gelassener auf die Stöckchen reagieren, die Sie uns hinhalten. Wir wissen, dass Sie alles in Ihre Hetzmaschine einspeisen und durch die Mangel drehen. Wir wissen, dass sehr viele Leute und viel zu viele Medien da mitmachen, dass Verwirrung und Verunsicherung herauskommt. Aber das, was Sie tatsächlich anrichten im Kampf, die einen gegen rechts, die anderen gegen links, das wird nicht einzahlen auf das Konto der Demokratie, es wird einzahlen auf das Konto der Verunsicherung, der Abwehr. Im Übrigen kann es sein, dass ich ein Déjà-vu habe. Ja, ich habe ja ein Déjà-vu. Hatten wir nicht erst Ende Februar eine Aktuelle Stunde auf Ihr Verlangen zum Thema Meinungsfreiheit? Ich sorge mich eigentlich, ob die Demenz bei Ihnen ein bisschen um sich greift. Sie werden wohl vergesslich, oder es fällt Ihnen halt partout nichts anderes mehr ein, mit dem Sie die Empörungsmaschinerie füttern können. Wenn hier im Bundestag eine Partei Probleme mit Meinungsfreiheit hat, dann sind Sie es. Es gibt keine andere Partei, bei der sich Medienvertreter beispielsweise Zugang zu Parteitagen vor Gericht erstreiten müssten. Also, ich kann auch nur sagen, es gibt auch keine andere Partei, die so oft Medienvertreter, und die mögen schreiben, was einem nicht gefällt, die so oft diese Medienvertreter mit dem Vorwurf der Lügenpresse bezeichnen und etikettieren wie Sie. Also deswegen glaube ich, beim Thema Meinungsfreiheit sollten Sie zumindest sich sehr bedeckt halten. Mir ist kein Fall bekannt, ich habe die Fälle gesucht, bei der Meinungsfreiheit an Schulen wirklich ein Problem war. Es ist in Ihren Augen eins, aber auch eigentlich nur in Ihren Augen. Ich fürchte, dass an den Schulen Verunsicherung entsteht, bei Schülern, bei Lehrern, bei Eltern. Und das bedauern wir sehr, weil wir das Gegenteil brauchen. Wir brauchen auch meinungsfreudige Schulen. Schulen verdienen und brauchen unser Vertrauen, weil wir ja lebenstüchtige, im besten Sinne gebildete junge Menschen wollen, die in der Lage sind, sich selbst nicht nur mit Informationen zu versorgen, sondern daraus auch sich selbstständig und unabhängig eine fundierte Meinung zu bilden. Die wissen, wovon sie reden. Und die in der Lage sind, Fake News, Fake News von der Wahrheit abzuscheiden, Fake News zu erkennen und sie zu recherchieren. Wir wollen junge Menschen, die an vorgekauten, irreführenden oder falschen Nachrichten nicht einfach ein Häkchen machen und weil sie diese Fake News einfach nicht erkennen. Wir wollen ihnen das Wissen und das Handwerkszeug geben, Blödsinn als solchen zu erkennen. Und deswegen, glaube ich, muss klar sein, Ihr Geschäftsmodell beruht auch darauf, diese Atmosphäre des geistigen Bürgerkriegs zu erzeugen. Dieser geistige Bürgerkrieg, von dem Sie dann sagen, habe etwas mit Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt zu tun. Also wie kreativ ist Denken und wie individuelle Interessen stärken. Wir müssen die Schülerinnen und Schüler aufs echte Leben vorbereiten, mit all seinen Höhen und Tiefen. Zu den Tiefen gehören Sie, das ist wohl wahr. Aber es gibt andererseits auch viele Höhen. Und ich glaube, dass man sehr viel tun kann und tun müsste, hier am Rednerpult in Sachen Meinungsfreiheit aber nicht über Ihre Stöckchen zu springen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Und ich wünsche Ihnen allen frohe Ostern. Gehen Sie in sich, benutzen Sie die Gelegenheit, bessern Sie sich. Das Wort hat der Kollege Rupert Stübel für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 1933 soll im Geschichtsbuch bleiben. In meinem Wahlkreis Berlin-Städte-Zehlendorf haben Schülerinnen und Schüler von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht. Sie haben eine Demonstration angemeldet und 200 Menschen sind gekommen. Am 28.02. hat die Schülerinnen und Schüler der Fichteberg-Oberschule dazu aufgerufen, Schülerinnen der Freien Schule Anne-Sophie, des Beethoven-Gymnasiums, des Königin Luise Stift, der Friedrich-Ebert-Schule und weiterer Schulen sind gekommen. Und was Sie erlebt haben, als Sie sich von Ihrer Meinungsfreiheit gebraucht gemacht haben, ist, dass der Meinungsdiskurs in diesem Land hart geworden ist. Für diejenigen, die sich von den Eindrücken dessen, was sie gleich an der Grenze meines Wahlkreises aus Potsdam erfahren müssen, dass da Menschen planen, wie andere Menschen aus Deutschland deportiert werden sollen, dass das Ihre Schülerinnen und Ihre Mitschülerinnen und Schüler trifft, wenn Sie aus diesem Eindruck auf die Straße gehen, dass der Meinungsdiskurs hart ist, dass dann die AfD versucht, die Meinungsfreiheit einzuschränken, dass AfD Bezirksverordnete Anfragen stellen im Bezirksparlament, dass AfD Abgeordnete im Abgeordnetenhaus von Berlin Anfragen stellen, dass Ihr Schulleiter diffamiert wird und dass Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler diffamiert werden. Insofern bin ich froh, dass wir heute über das Thema Meinungsfreiheit an Schulen diskutieren. Denn dort, wo Menschen in großer Zahl ihre Meinung äußern, macht das Ihnen Angst, und Sie gehen dagegen vor. Wir merken das bei allen Demonstrationen, die es in diesem Land in der letzten Zeit gab. Sie haben versucht, diese Demonstrationen zu diskreditieren, dort, wo Menschen gesagt haben, sie stehen für andere Menschen ein. Und wenn wir über das Thema Schule reden, dann lohnt sich ein Blick ins Gesetz. In Berlin steht im Gesetz als Paragraf 1. Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche fähig sind der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten, soweit das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der Menschenwürde zu gestalten. Und genau das passiert nicht nur in Berlin, sondern nach und Mecklenburg-Vorpommern, dass sich diejenigen, die an der Schule tätig sind, das zu Herzen nehmen und dann auch entsprechend handeln. Ich will gar nicht hier im Deutschen Bundestag über jeden Einzelfall sprechen. Ich glaube nicht, dass es uns ansteht, jedes Handeln an jeder einzelnen Schule zu beurteilen. Aber die grundlegende Haltung, Schule als Ort der Menschenwürde und der Demokratie zu erhalten, finde ich richtig und gut. Und das unterscheidet mich von Ihnen. Hass und Menschenfeindlichkeit, und das ist ja das Zweite, was Sie immer wieder suggerieren, sind nämlich gar keine Meinungen. Sie sind eine Straftat in unserer Gesellschaft. Das Verbreiten von Hass und Menschenfeindlichkeit gehört eben nicht zum legitimen Meinungsspektrum. Und das werde ich immer wieder verteidigen. Sie dürfen hier im Bundestag reden, aber wir in der großen Mehrheit sind dafür da, um dem zu antworten. Wir werden das nicht zulassen, dass Ihre Ideologie jemals mehrheitsfähig wird in diesem Land. Sie sind das, die am Ende die Meinungsfreiheit einschränken. Die Kollegin Inge Gresse hat das schon gesagt. Überall dort, wo es nämlich wirklich um Meinungsfreiheit geht, ob jemand eigentlich ihr Handeln als Partei beobachten kann, ob die freie Presse zu ihren Parteitagen und zu ihren Veranstaltungen kommen kann, all das ist keine Selbstverständlichkeit von überall anders hier in diesem Hause, sondern muss immer wieder gegen Sie gerichtlich durchgesetzt werden. Das ist doch die Wahrheit. Und dann brüllen Sie ja immer wieder zum Thema Heimat ein. Ich möchte was zu meiner Heimat sagen. Meine Heimat ist der Ort, wo Schülerinnen und Schüler aufstehen und sagen, wenn Ihre Politik sich durchsetzt, dann würde ein Viertel der Menschen in Deutschland abgeschoben. Ein Viertel unserer Freunde, ein Viertel unserer Familie, ein Viertel von uns. Dass wir das nicht zulassen dürfen, erklärt sich eigentlich von selbst. So heißt es im Demonstrationsaufruf der Schülerinnen und Schüler. Und ich muss sagen, auf diese Schülerinnen und Schüler bin ich stolz. Die Aktuelle Stunde ist beendet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein. Auf Mittwoch, den 10. April 2024, 13 Uhr.